Hallo und herzlich Willkommen bei Wieso Zimt! Das Schwarze Auge 1, die Schicksalsklinge, ist am 14. Juli gestartet. Anno 1602, Erschaffung einer neuen Welt, läuft weiter munter vor sich hin und wer fleißig die Projekte verfolgt, weiß, dass die Gilde dem Ende zugegangen ist. Für die Gilde muss es einen Ersatz geben. Nein, ich habe nicht vor, das geplante Let's Play Again hinten dran zu hängen. Vorerst wird es eine Gilde 1 Pause geben. Dafür kommt daddaddaddaddadadadadad die Gilde 2. Wem diese 4 Projekte noch nicht gereicht haben, der darf gerne noch in eines der älteren reinschauen. Bis nachher euer Wieso Zimt! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.